Aufgrund der aktuellen Lage verschärft Island seine Einreisebestimmungen. Jeder Passagier muss sich ab Freitag verbindlich nach der Ankunft auf der Nordatlantikinsel auf das Coronavirus testen lassen. Nach fünf bis sechs Tagen Quarantäne muss dann ein zweiter Corona-Test vorgenommen werden, wie die isländische Regierung am Freitag nach einer Kabinettsitzung mitteilte. Die Maßnahme gilt bis zum 1. Mai. Die Tests sind kostenlos. Bisher konnten Island-Touristen alternativ auch wählen, freiwillig für 14 Tage in Quarantäne zu gehen. In der Praxis bedeutete das aber, dass manche diese Option zwar wählten, am Ende diese aber nicht einhielten. Island hat vor allem wegen seiner abgeschiedenen Lage verhältnismäßig wenige Neuinfektionen zu beklagen. Im Vergleich zu den Ländern der EU und den restlichen Staaten des europäischen Wirtschaftsraums hatte die Insel in den vergangenen Wochen die insgesamt geringsten Neuinfektionszahlen.